Willkommen zurück zu Uri, in the blind forest. Ja, da muss man manchmal blind sein, um nie auszurasten. Wupp, da sind wir wieder drin. Das war ja schon mal geil. Das sehe ich doch nicht. Aber immerhin habe ich gerade gespeichert. Oh Mann. Alter, ich würde euch gerne was erzählen, was schön ist. Aber ich kann euch nichts erzählen, weil man das Spiel fertig macht. Das ist nicht zu glauben. Nö, komm, ab in die Stacheln. Das hat jetzt wieder keinen Sinn. Ich würde euch gerne was erzählen, aber ich bin überfordert. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen im Spiel. Jetzt sind wir schon an der Stelle, wo es so fordern wird, dass ich euch nicht mehr mal was erzählen kann. Obwohl es, ja, let's play ist. Das ist eine Grenze überschritten langsam. Würdest du endlich mal? Würdest du endlich mal? Ich geh noch eben. Es sind nur drei. Hm. Aber ich bin ja klug. Ich speichere hier ab. Boah, alter Schwede. Das ist jetzt echt, das hat einen neuen Level erreicht. Alter. Oh, du dumme Drecksau. Kannst du da nicht richtig springen? Meine Fresse. Würdest du besser springen, müsste ich mich nicht so über dich aufregen. Nö, tschüss. Das hast du nicht verdient. So, ähm. Das machen wir richtig. Oh. Und? Äh. 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 Boah. Mein Gott. Alter. Ist, ist da. Oh. Ich bin richtig kaputt. Und ich, wisst ihr was? Ich geh gleich ins Bett. Wenn wir hier diesen Ging, 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 Ginso-Baum durchsetzen. Dann geh ich ins Bett. Und es ist relativ früh. Ist grad mal zwölf durch. Das Spiel macht mich so alle. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Sowas? Wirklich? Ein Auge, das schießt und jetzt, das müssen wir besiegen, indem wir deren Projektile zurückschießen. Oh, warte mal. Reicht das auch von hier hinten? Oh Gott. Ich bin der Gegner, der mich jetzt schon wieder aufregt. Geil. Oh, Scheißen, Drecken, Wichsen, Drecken, Fotzen, Gegner. Oh Gott. Spiegel speichert. Wie gern ich sowas lese, das glaubt ihr gar nicht. Oh Gott. Direkt wieder sowas hier. Mensch, wie... Ich werd ja hier verwöhnt. Mein Gott. Ähm, da kommen wir gar nicht hoch. Was? Ähm... Ist ja lieb alles, aber ich komm da nicht hoch. Ah. Mein Gott. Übertreiben mal wieder, ne? Das Herz des Skinso-Bombs bewahrt das Element des Wassers eins sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Wasser ist da drin. Na gut, da kommt auch Wasser raus. Halt nur nicht mal viel, ne? Wir müssen ihm helfen, das heilen, den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Okay. Ach, da kann ich jetzt gerade gar nichts zerstören. Äh... Sind so 70% durch? Achso, das sind die Baumkronen wahrscheinlich. Okay, ich verstehe. Ich wollte mich gerade nur wundern, wo sollen sie denn in 30% jetzt noch drei Wege nach oben haben? Äh, zwei nach rechts und links und in der Mitte und... Äh... Mein Gott. Warte mal. Nee, warte mal. Ja, komm. Komm, schieß einmal. Ja, schieß einmal. Bist du doof? Ah, jetzt. Okay. Bamm. Sehr schön. Mach ruhig nochmal. Warte, warte, nö. Schieß mal, warte. Normal. Schieß mal nochmal. Das war dumm. Ich will da hoch. Schieß nochmal. Ich bin vielleicht auch zu müde langsam. Mal gucken. Ja, schieß nochmal. Ja, los. Können wir da nicht. Sind wir doof? Okay. Okay. So. Äh. Pff. Okay. Was denn da Sinnvolles? Nix, ne? Gedöns. Ein bisschen in die Richtung. Geil ja nu. Toller Hecht du. Äh. Oh, nö. Weißt du? Ja, ja. Ich weiß. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Okay, wir können ihn nicht lenken. Nenne Dinge, die ich hasse. Das Spiel. Und wieder. 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 Nervt's ja mich auch. Mich auch. Aber wisst ihr, was ich mache? Äh. Ich mache jetzt links, weil rechts war ich jetzt schon und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil ich es schon gemacht habe und weil ich Dinge nicht zweimal mache. Ähm. Scheiß Drecksvieh. Ähm. Na los, schieß. So, das war richtig. Wobei, jetzt haben wir das eingesammelt. Den kann ich ja erstmal speichern, aber ich Dinge nicht doppelt machen muss. Ah, nervig. Ähm. So. Also, dass ich hier immer wieder speichern muss. Mein Gott. Na Mensch, ich bin ja klug, ne? Mein Gott. Ja? Schießt noch einer? Ja? Schießt noch einer? Sehr schön. Ich muss erstmal nachdenken, wo ich überhaupt hin soll. Ich glaube, ich ahne es. Ja. Da waren wir jetzt aber schon, ne? Nett. Das war eine Seite. Das ist doch nicht so schwer, wie ich es fand. Also. Wenn man es richtig anstellt. Äh. Ist da oben noch irgendwas? Ich will jetzt halt auch nicht, ne? Ihr wisst es. Ihr ahnt es. Warte mal. Hm. Wir machen es gar nicht einfach. Wir machen es einfach. Spiel speichern. So. Kann ich jetzt in Ruhe gucken, ob ich da hinten hinkam? Nö. Kann ich nicht. So. Haben wir, haben wir geguckt. Haben wir rausgefunden. So. Haben wir, haben wir geguckt. Haben wir's. Haben wir's. Ähm. Andere Seite. Und wenn das Wasser dann da rauspolschert, dann ist alles kaputt oder wie sehe ich das? Oh. Was? So. So. Scheiß. Wie? Da kommen wir auch nicht lang so wirklich. Nee. Das ist nur Deko. So. Oh. 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 so wie kommen wir jetzt hier schon wieder durch ich muss ja irgendwas schießen aber was schieße ich dahin auch nö ne nicht so ein tausendmal um die ecken dann weil hier sind überall nö das kannst du mir nicht erzählen kannst du mir nicht erzählen dass dieses ding ne das kannst du mir nicht erzählen ich sehe dinge wenn ich den von unten nach da schießen von der plattform dann hoch und von hier in der mitte alter die wollen dass ich das von dem ding da jetzt hier drunter nach links schießen von der plattform wo diese ekelmarde ist hoch schießen wobei ich kann das glaube ich auch an ich weiß nicht wie es kann ich habe hier absolut keine ahnung ich muss da hinten das ding auf jeden fall aufbrechen das ist klar so dass ich hier hinten war da so jeder da oben das ding aufbreche so das heißt ich muss ich muss das von hier hoch leiten diesen diesen boller da muss ich ihn aber erstmal hier her leiten von dort ja ich muss tatsächlich überall dahin wo ich habe das schon begriffen ich wills nur nicht weil das ist ja verrückt nice okay ich muss auch vorher die die viecher auf jeden fall erlegen habe ich noch irgendeine fähigkeit die und ich darf auch keinen fehler machen meine güte ich will jetzt sofort maximierte leben haben woher kriege ich die hierher schon mal nicht im gegenteil also ohne maximierte leben kann ich da nicht angehen das kannst du vergessen aber fick dich du fickkröte du schon verfickte so fick dich du fick 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 ja jetzt bringe ich mich um weil jetzt nein nein weil das hätten wir schön geschafft ich erlaube nur perfektion ganz einfach kannst du vergessen perfektion ist nicht möglich dazu bin ich halt so doof also nehmen wir das was wir kriegen können ein bisschen mehr kann aber schon sein also ein bisschen mehr als drei brauche ich schon für das ganze scheiß zeug hier na weil das ist ja schon eine tierquälerei was ihr hier mit mir macht eigentlich bräuchte ich doch bräuchte ich durchaus also eigentlich brauche ich alles alles also alle vollständig aber okay spiel gespeichert sehr schön schön ist auch dass ich gesagt habe ich will ich ja noch eigentlich ins bett wann habe ich jetzt jetzt weiß ich schon gar nicht mal wann habe ich angefangen wieder aufzunehmen man ja nur vollpfosten auch hier an du vollpfosten wann habe ich dann jetzt ich habe es so keine ahnung wann ich wieder angefangen hatte ich gucke gerade hier rechts auf dem stream wir sind bei vier stunden 29 wann habe ich bei vier stunden zehn mach sein ja wenn wir pech haben dann wird das hier halt heute eine extrem lange folge weil ich vergessen habe wann wir angefangen haben habe ich jetzt gespeichert ich habe es vergessen haben haben wir ich bin ich bin nicht mehr ich bin halt nicht mal richtig zurechnungsfähig heute nervig du bist schon mal gescheißen nervig so jetzt schieß schieß diese irren entwickler die sind wahnsinnig die sind wahnsinnig die sind einfach durch und durch dieses wahnsinnige entwickler sind dass das da die sind an die sind einfach durch und durch dieses ich bin ich bin fassungslos x um sein erst mal hier tausend mal speichern das geht ja sonst gar nicht so jetzt können wir das element des wassers wieder herstellen wenn wir diese aufgabe erledigt haben liegen noch zwei weitere vor uns element des wassers ist wieder hergestellt glaub um dein leben auch nö ehrlich ganz herrlich ganz herrlich mir ist jetzt scheißegal ob ich das Viech da nun erwische oder nicht ich muss hier mein leben rennen oh meine fresse und immer natürlich von unten wieder geil wobei ich sagen muss die idee hier hinter ist gerade mega die musik ist mega also ist natürlich verrückt aber ich find's geil also scheiße aber geil das ist halt das ist auch mein problem mit diesem spiel ich find alles scheiße und geil es gehen ja auch also fehler gehen ja auch nicht wie du siehst das war's schon wieder nö einer geht okay oh ich darf einen fehler machen spiel was los bist du krank ja nicht immer also ich darf eigentlich keinen machen weil es ja leicht ne leicht bedeutet ich darf hin und wieder einen machen normal ist ich darf keinen fehler machen schwer ist wahrscheinlich ich darf weiß ich nicht ich darf gar nichts also auf schwer darf ich nicht mal atmen oder so oder keine ahnung da ist alles noch schneller könnte ich mir vorstellen wäre ja sinnvoll wäre es nicht aber ihr wisst was ich meine das ist Sarkasmus mein gott diese Hetze oh gott psch alter was ist das ah ok hier ist gespeichert dann ist in ordnung nö dann dann will ich nicht meckern wenn er zwischendurch speichert ist alles ok ja es ist oh gott meine güte also auf schwer hätte er wahrscheinlich hier nicht mal gespeichert hätte ich mir vorstellen können so los schieß mir tut nichts weh ich kann hier ausweichen ich muss nur erstmal überhaupt irgendwie ja man weiß ja ne Wasser ist halt sowas tödliches wir sind ja Gamer wir waschen uns ja nicht also der Level der ist so extrem ah hier ist alles so extrem so so versuche ich mal hier so ein bisschen alter Licht in allen Richtungen oh gerade noch so nein 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 scheiß den Dreckfrosch hier oh ooooooh sah ich doch nicht wo ich lang muss oh Gott alter da ist der Level und das Spiel also ich muss sagen ich bin gerade Also, eigentlich hasse ich das gerade alles. Aber wir haben hier einen relativ fairen Speicherpunkt, muss ich aus Versehen mal sagen. Nö, dann pass auf. Ich probiere es nochmal. So, also wir haben hier einen relativ fairen Speicherpunkt gerade, deswegen bin ich nicht mal so am Motzen. Ich meine, dass das Level hier nicht fair ist, das ist klar, aber das Spiel nicht fair ist an sich, ne? Das haben wir ja schon gelernt, das ist... Ähm, nee, also die Musik und diese Optik hier gerade. Ähm, und was jetzt gerade schon wieder von mir verlangt wird... Danke, Frosch, dass du dich tötest, anstatt... ...mein Trampolin zu sein und dich dann so töten zu lassen. Ähm... Das war nicht knapp, ich hab's hundertmal versucht, mein liebes Schweinchen-Spiel hier. Oh Gott. Oh Gott. Nee, also diese Musik und wie schnell das alles ging und das hat mich so ein bisschen... Oh, die Eule. Das Vieh. Das hat diesen Baum eingenommen. Oh nee, also das ist... Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Müssen wir das jetzt platt machen? Als Boss oder so? Das ist so schön. Das sieht so schön aus. Also alles hier. Wie gesagt, ne, Optik, Musik und 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 die Aufmachung. Auf der einen Seite sagen yay. Okay. Und nu? Es war das Licht, das sie hasste, das Licht unserer Art. Doch Oris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Achso, das Vieh. Achso, das Vieh. Weil es gütig war, ist dieses Vieh jetzt uns zu Hilfe gekommen. Ganz weggeschnappt. Es ist nicht mehr böse. Und hier sieht's auch wieder schön aus. Oh, ich fürchtete schon, dich an Kurus Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gumo hat dich gerettet und vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Okay. Doch sieh her, der Ginzelbaum ist wieder hergestellt und Niebels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelfrost gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Dornensumpf und Nebelfrost. Ach, Forst. Findet das Gumo ein Siegel, das im Nebelfrost versteckt ist. Vom Hohlhain aus zu erreichen. Da müssen wir noch... Übertreib. 98 Prozent. Wow. Viel war da nicht mehr. Also so Kleinigkeiten nur noch. Ansonsten haben wir den mit einmal durchgemacht. Ach, jetzt sind wir hier im Dornensumpf. Oh Gott. Spiel gespeichert. Dürfen wir jetzt auch... Ich glaube, wir brauchen mehr Luft, ne? Okay. Aber es geht, warte. Nein, es geht, es geht. So, warte. Luft holen. Okay, wir dürfen jetzt schwimmen. So. Wie soll das hier bitteschön gehen? Wir können es ja probieren, ne? So. So. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Du bist ein kluges Vieh, du. Oh Mann. Es wird noch viel Wasser hier den Fluss runterfließen, bis ich hier mal irgendwie durch bin. So. So, hier haben wir... Mein Gott. Würdest du aufgehen? Ich glaube, ich muss unbedingt speichern und dann ins Bett. Knapp. Knapp. Naja. Nicht knapp, leider. Überall diese Scheißviecher. Mein Lieben, egal wie lange das jetzt gedauert hat. Ähm. Ich glaube, ich muss erstmal unterbrechen und ähm... Ich glaube, ich gehe jetzt auch echt ins Bett. Also, da hat mich echt... Also, boah. Puh. Ich schreibe mir erstmal auf. Wir sind bestimmt... Also, heute haben wir bestimmt eine dreiviertel Stunde gemacht, mindestens. Ähm. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal... Also, wir haben jetzt gerade gespeichert. Das ist schon mal... Warte mal. Wir haben noch gespeichert, ne? Wir haben hier... Sehr schön. Spiel ist gespeichert. Hier kommen wir dann wieder raus. Das ist wunderbar. Wir haben hier Weltereignisse ist... Die Wasser... Ah, da ist der Schlüssel zum Ginso-Baum. Das Element des Wassers wurde wieder hergestellt. Ah, und das sind die beiden anderen Elemente. Also, eins der drei haben wir. Joa. Ne, das sagt uns ja alle was. Fähigkeit... Sofort an Fähigkeit. Achso, 33 ist das Maximum, was wir halt so auf einen Schlag ansammeln können. Wir sind 89 Mal gestorben. Joa. Ja. Oribaz... Also, wir haben ein Drittel von Nibel komplett entdeckt. Okay. Aktuelle Spielzeit. Joa, gut. Ein bisschen länger wahrscheinlich, weil ich ja zwischendurch auch immer Aufnahmepause mache und dann rumrenne und sowas, ne? Ähm... So, wir machen jetzt hier Geisterflamme, Wandsprung, ja, Stichflamme, Doppelsprung, Stoßangriff. Da können wir wahrscheinlich durch irgendwelche Untergründe durchbrechen. Damit können wir schweben. Damit können wir nochmal was an Wellen. Meine Fresse. Meine Fresse. Du kannst es mir nicht erzählen, dass wenn nicht mal die Hälfte wird, da fähre ich doch also... Ungefähr... Ungefähr die... Ne, nicht ganz. Aber das ist... Du kannst es mir nicht erzählen, dass hier noch so viel kommt. Das ist doch... Das ist doch Quälerei. Das ist doch Kizu-Quälerei. Das macht doch keiner. Oh Mann! Aber... Interessant. Ich denke mal... Wir haben ein Drittel des Spiels schon durch. Yay! Das ist doch schon mal... Nicht, dass ich schnell durchhaben möchte, aber es hat mich schon ganz schön gequält. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Und ich muss jetzt erst mal ins Bett. Bis dahin sage ich erstmal... Vielen Dank fürs zugeschaut haben und bis dahin sage ich einfach nur... Ein sehr fettiges Tödelöö.